ARD Text im Auftrag von Funk Ich bin schon tot Irgendein Furz und dann hab ich überlegt alle seine Nails auf mich zu hören Aber wirklich alle Ich stimme, dass ich einfach drei le- Oh! Ja, reinfuckt Andere Seite kommt sie auch rein Na überall Modis Was? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er Ja, ich hab den Hunso gepult und hab die Irwin nachgenommen Oh, Hilfe! Geh! Der hat mich unten drin gekillt mit der Nails Oh mein Gott! Da bin ich gerade Das... Natürlich sterbe ich wegen so ner dummen Scheiße wieder Bei der Ring Bei der, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Alter, wir kommen dabei Ähm... Was war das? Hört ihr mich noch? Ja Ja Okay, cool Implement Ich bin endlich rausgerannt Ja Hier kommt Der Hände Der Hände Der Hände Der Sch...! Der Schatz Hinter dir kommen wir jetzt auch noch mit Ja Ah Ah, 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 ah Ah, Stayed Alive Judy kommst wieder rein Ich kann nicht Ah Ich bin bei dir gesproken und hab gedacht, du hast es gerafft. WTF war das gerade? Das ist Villa-Time. Da hinten ist einer reingelaufen. Ich hab grad nachgelassen und dann plötzlich drei Leute. Ich hab dir einfach gegen den Kopf geschossen. Ich hab ein Granatwerfer. Wack, ich will den. Brief, mein Freund, blieb. Oh Gott, komm. Währenddessen outcapt unser Team Iris.